Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Aufhängen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Hängt auf. Hängte auf. Hat aufgehängt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich hänge auf. Du hängst auf. Er hängt auf. Wir hängen auf. Ihr hängt auf. Sie hängen auf. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich hängte auf. Du hängtest auf. Er hängte auf. Wir hängten auf. Ihr hängtet auf. Sie hängten auf. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe aufgehängt. Du hast aufgehängt. Er hat aufgehängt. Er hat aufgehängt. Wir haben aufgehängt. Ihr habt aufgehängt. Sie haben aufgehängt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich hängte auf. Du hängest auf. Er hänge auf. Wir hängen auf. Ihr hänget auf. Sie hängen auf. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich hängte auf. Du hängtest auf. Er hängte auf. Wir hängten auf. Ihr hängtet auf. Sie hängten auf. Den Schluss macht der Imperativ. Hänge auf du. Hängen auf wir. Hängt auf ihr. Hängen auf sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb aufhängen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Ich wünsche euch es. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020